hallo und herzlich willkommen zu einer neuen folge rainbow six siege ich bin immer noch alleine weil es ja immer noch die gleiche session muss ich ja nicht immer wieder erholen ja das ist schon die elfte folge jetzt oder doch das ist jetzt glaube ich die elfte folge und dann kommen ja wieder nur noch vier folgen rainbow six siege und dann ist auch schon wieder schluss ne dann ist ja schon wieder fast februar boah wie die zeit vergeht ne das heißt ihr habt noch also wie gesagt wochenende und so zählt ja auch alles mit deswegen ihr habt ein ihr habt mein präsident flugzeug hier präsident flugzeug ist ja selten jetzt ist verboten ja quallen stellen wir vor es gibt hier so eine qualle würde ich feiern den standort des bio gefahrgut gehälters finden kopf kopf 10 Sekunden, 5 Sekunden bis zum Einsatz, Standort des Bio-Gefahrgutbehälters unbekannt, Angriffserlaubnis erteilt Da kann man ja ohne dich aufheben Da ist ich wo die jetzt hinbekommen Klettert einfach runter Oh dear, the black guys Kick me, kick me, I am not global Kick me, kick me, kick me, I am not global Ich glaube nicht dass er selbst geklagt наш spell Okay. Er ditze ich gleich selber. Okay, ich bin jetzt immer mal ruhig. Nur mach ein Gegner übrig. He is inside the objective. Lucky. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Lucky Lucky Lucky. Ich hab immer noch meine spezielle Tarnung für Kerse. Handcakes sind das beste was es gibt. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Die Drohne hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Nur noch 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Gift platziert. Du wirst entdeckt wenn du in dieser Zone bleibst. Du wurdest entdeckt. Türbarrikade errichtet. Türbarrikade errichtet. Türbarrikade errichtet. Türbarrikade errichtet. Türbarrikade errichtet. Ich hab das auch gemacht. Ich würde da in der nicht verstehen Okay Das ist weg, ne? Naja Ähm Es sieht man halt im Moment die nächsten Ja, die nächste oder die noch Bisschen noch ruhiger, aber Die anderen Oh, gehen wieder Ein Kämpfer des eigenen Trucks verbleibt Die Gegner sichern den Behälter Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt Ja, warum eher? Sie haben gescheitert Wenn die Runde zu Ende ist, muss ich mal gucken, ob es wirklich... Was ist eine geile Tönung? Ich finde die geil, deswegen nehme ich mir hier auch das angeben Ich muss gerade irgendwie mein Main Operator als angeben Also vor einer Stunde, ne vor zwei Stunden, ne? Sind hier meine Leute, äh, waren... Ne, vor zwei Stunden Und, äh, also vor zwei Stunden weiß ich, ne? Waren... Waren, ja noch Fentose und alle da Ähm... Da war ich noch einig wach Aber jetzt sag ich auch schon so... Das ist eigentlich schon ab Abscheiden 10 Sekunden bis zum Einsatz 5 Sekunden Weiter zum Standort des Bio-Gefahrgut-Behälters Ja... Hier, das ist die Tarnung... Quallen... Und die Enten, ne? Ich lade mein Magazin Die Drohne ist aktiviert Die Drohne ist aktiviert Die Drohne wurde eingesetzt Die Drohne ist aktiviert Die Drohne ist aktiviert die Bordeaux Die Drohne ist aktiviert ievalie Ha 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 HRA BURCK! Try to kill the UBANADROME Hananananananan Verra Q, you can kill her easily Just take out your gadget, what the f AAAAAAAA Wechsel das Magazin Das klingt nun ja wirklich Jaaaaaaaaaa Warum hast du einen Red Bull Ein verbleibender Operator von eigenem Trupp Was wir eigentlich auch mal machen können ist wieder Star Wars Battlefront 1 zocken Ja also bese- wenn ihr dies hört Wenn ich es nicht hört, dann denke ich mal, es ist schon lange gelaufen, deswegen noch jetzt. Das ist doch eh kein Mensch. Er war denn nicht bei uns eben? Egal. Ach ja, ich habe ja auch Tarnungen hierfür bekommen. Guck mal. Geile Eis-Tarnungen. Bennett hat eine schöne Tarnung. Oh, ich habe eine bessere. Oh, ich habe ja auch ein Mann. Der Hund hat eine schwere Waffe. Es ist ein Wau-Wau-Wau-Wau. Der Hund hat eine schwere Waffe. Der Hund hat eine schwere Waffe. Wir müssen den Bio-Gefahrgut behälter schützen. Der Hund hat eine schwere Waffe. Stapel-Draht wird eingesetzt. Die Drohne der Gegner hat den Bio-Gefahrgut-Behälter gefunden. lege willkommen smart aus nur noch zehn sekunden es bleiben fünf sekunden jetzt können sie kommen geschützt den biogefahrgut behälter um jeden preis es ist immerhin meine fachs map Die Frau wird nicht gewinnen, das ist meine Die Frau wird nicht gewinnen, das ist mein Verdienst Gibt bereit Lade nach Habe ich gerade gesagt Sie haben ihre Versuche den Behälter zu sichern eingestellt Lade nach Den Gegner von der Sicherung des Bio-Gefahrgut-Behälters abhalten Wirklich nur Alle Gegner eliminiert Das ist ein Der Standort des Bio-Nagutbildes finden Der Standort des Bio-Nagutbildes finden Junge Ash 10 Sekunden 5 Sekunden Standort des Bio-Gefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden 11 Sekunden 10 Sekunden 10 Sekunden Vielen Dank.